Hallo meine liebe Roland, Demian hier. Heute bekommst du von mir zwei Zeichen, an denen du erkennst, ob ein Mann sich wirklich auf dich einlassen will. Dass er für eine Beziehung mit dir bereit ist oder sogar dazu bereit ist, dich zu heiraten, wenn du dir das wünschst. Und es ist so wichtig, dass du diese Zeichen erkennst. Darum empfehle ich dir, dir dieses Video bis zum Ende anzusehen. Denn du wirst erfahren, woran du erkennst, ob es ein Mann wirklich ernst mit dir meint oder woran du erkennst, ob er sich auf nichts Ernsthaftes mit dir einlassen will. Darum bleib auf jeden Fall dran. Lass uns zuerst einmal ansehen, woran du erkennst, dass der Mann nicht bereit ist, sich auf etwas Ernsthaftes mit dir einzulassen. Denn das ist auch sehr wichtig. Stell dir vor, du hast einen Mann an deiner Seite, bei dem du nicht so genau weißt, woran du bist. Und er wird von jemand in deiner Gegenwart gefragt, ob er es wirklich ernst mit dir meint oder ob er sich vielleicht sogar mal vorstellen könnte, dich zu heiraten. Seine Reaktion darauf wird dir genug Informationen geben, wie er über euch denkt. Wenn er da plötzlich anfängt, unsicher zu lachen oder wenn er verunsichert schaut oder wenn du ihm diese Frage stellst und er dann den Augenkontrakt zu dir abbricht und ich übertreibe hier. Aber jede eigenartige Reaktion zählt hier. Oder vielleicht sagt er auch so Dinge wie Hey, warum die Eile? Ich bin glücklich so, wie es ist. Warum sollen wir irgendetwas verändern? Es läuft doch gut zwischen uns. Lass uns mal schauen, wo das Ganze mit uns hinführt. In all diesen Fällen sind die Vorzeichen nicht positiv. Eine Sache solltest du auf jeden Fall wissen. Männer wollen Beziehungen. Unabhängig ihres Alters. Trotz der Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit mit anderen Frauen gemacht haben. Und auch selbst nach schlimmen Scheidungen. Selbst wenn diese Männer, naja, etwas zögerlich sind. Aber grundsätzlich wollen Männer Beziehungen. Und unglücklicherweise gibt es auch Männer, die mit Frauen zusammen sind, obwohl sie eher in einem vollen Fußballstadion nackt einen Flitzer über das Spielfeld machen würden, als sich auf diese Frau voll und ganz einzulassen. Diese Männer warten darauf, dass sie eine andere, aus ihrer Sicht bessere Frau treffen. Und diese Männer sind in der Tat unreife Männer. Damit du diese Männer von den guten Männern unterscheiden kannst, sind die Zeichen wichtig, die dir zeigen, dass ein Mann es ernst mit dir meint. Zeichen Nummer 1. Er hat es nicht eilig, aber er bemüht sich fortwährend um dich. In anderen Worten, erfüllt der Mann die meisten Punkte, die dir bei einem Mann wichtig sind. Zeigt er Initiative von seiner Seite? Ist er an dir interessiert und will dich näher kennenlernen? Habt ihr tiefführende Gespräche oder ist er nur daran interessiert, mit dir im Schlafzimmer zu landen? Wenn ein Mann wirklich eine Zukunft mit dir will und mit dir zusammen sein will, dann will er mehr über dich wissen. Er will dich näher kennenlernen. Schließlich will er mit dir zusammen sein und den Rest seines Lebens mit dir verbringen. Sein Interesse an dir ist beständig und nicht irgendwie wechselhaft. Und wenn du nicht weißt, woran du bei einem Mann bist, dann spielst du für ihn keine Rolle oder keine wichtige Rolle. Ein Mann, der sich eine Zukunft, eine gemeinsame Zukunft bitte vorstellen kann und der sich auf dich einlassen will, der wird niemals wie Volk denken. Ah, ich liebe diese Frau so sehr und ich möchte den Rest meines Lebens mit ihr verbringen. Ich möchte die schönen Momente des Lebens für immer mit ihr teilen. Und aufgrund dessen werde ich ihr zeigen, dass ich kein Interesse an ihr habe. Ich werde mich zurückziehen und mehr Zeit mit meinen Freunden als mit ihr verbringen. Außerdem werde ich noch Kontakt zu anderen Frauen haben. Ich werde mein Online-Dating-Profil nicht deaktivieren oder offline nehmen. Nein, ich werde vielleicht noch ein weiteres Profil erstellen. Und ich werde meine Freundin auch nicht meinen Kollegen und Freunden vorstellen, sondern ich werde Geheimnisse vor ihr haben. Und wenn meine Freundin zufällig im gleichen Raum mit meinem Handy ist, dann werde ich mein Handy und die Nachrichten darin mit meinem Leben beschützen. Ich verspreche, ich werde auch versprechen, mich wieder bei ihr zu melden, was ich natürlich nicht tun werde. Genauso werde ich ihr sagen, dass ich dies oder jenes für sie tue, was ich natürlich auch nicht machen werde, weil ich diese Frau so sehr liebe und weil ich sie auf eine gemeinsame Zukunft mit mir vorbereiten möchte. Genau das wird niemals passieren, wenn ein Mann es wirklich ernst mit dir meint. Es gibt sehr viele Frauen, die mit Männern zusammen sind, die genau dieses Verhalten an den Tag legen. Während sich die Frau eine feste Bindung zu dem Mann wünscht, wünscht sich der Mann nicht unbedingt so eine feste Bindung zu der Frau. Aber die Frauen bleiben mit diesen Männern zusammen, weil sie blind vor Liebe sind und sie nicht sehen können, dass es sich hier um unreife Männer handelt. Und ein unreifer Mann wird dir immer zeigen, wie das Leben mit ihm aussehen wird, wenn ihr zusammenbleibt. Und du wirst immer mehr von seiner Unreife zu spüren bekommen, während dein Frustrationslevel immer weiter steigt. Und hier ist noch ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Wenn ein Mann es in der Anfangsphase sehr eilig hat, mit dir in eine Beziehung zu kommen, dann ist das nicht unbedingt ein positives Zeichen und es kann ein Zeichen von Unreife sein. Und die Gedanken eines unreifen Mannes dir gegenüber oder eurer Beziehung gegenüber können sich schneller verändern und umschlagen als das Wetter irgendwo in den Bergen. Darum ist es sehr wichtig, falls es ein Mann in der Anfangsphase sehr eilig hat, mit dir in eine Beziehung zu kommen. Und das kann ich dir auch sehr, sehr vielen Coachings mit Frauen sagen. Bitte ich dich, einen Schritt zurückzutreten, das Tempo herauszunehmen und über einen längeren Zeitraum zu beobachten, ob der Mann seine Begeisterung aufrechterhalten kann. Zeichen Nummer zwei. Er plant eine Zukunft mit dir und er erwähnt es in deiner Gegenwart. Also nicht Moment, mal sehen, wo das mit uns hinführt, sondern eher ich will, dass es in diese Richtung geht. Er hat einen Plan für euch. Beispielsweise, und das ist das einfachste Beispiel, er will mit dir zusammenziehen. Oder er will sich zum Beispiel eine Couch für seine Einrichtung kaufen und er fragt dich nach deiner Meinung. Er bezieht dich mit ein, weil er auch will, dass du dich mit dieser Couch und auf dieser Couch wohlfühlst. Das sind Zeichen, dass der Mann eine gemeinsame Zukunft plant und sich auch diese ausmalt. Du bist in seiner Zukunftsplanung. Der Mann bekommt keinen Schock, wenn es um eine gemeinsame Zukunft mit dir geht, sondern es ist sehr angenehm für ihn, mit dir über diese Zukunft zu sprechen und diese mit dir zu planen. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, wie du beeinflussen kannst, dass ein Mann sich eine gemeinsame Zukunft mit dir vorstellen kann. Und genau dazu findest du sehr viele Videos hier auf meinem YouTube-Kanal. Aber ich bitte dich, denke mal daran, wenn ein Mann sich nicht beständig um dich bemüht, wenn er nicht bereit ist, einen Schritt weiter zu gehen oder wenn er sehr wechselhaft ist, das bedeutet, er hat mal Interesse, dann zeigt er kein Interesse, Interesse, kein Interesse, Interesse, kein Interesse. Das heißt, er wechselt immer irgendwie seine Meinung, dann mach bitte eine Sache, nimm die Beine in die Hand und lauf. Denk daran, dass du eine großartige Frau bist und du keine Zeit für Männer hast, die nicht wissen, was sie wollen. Das ist in der Theorie, klingt das sehr einfach, aber es ist nicht immer leicht umzusetzen, weil Liebe eben blind macht. Und darum mache ich diese Videos, um dir die Augen zu öffnen. Und wenn du dir auch mit der Umsetzung schwer tun solltest und nicht alleine weiterkommst, dann kann ich dich dabei unterstützen. Die Tatsache ist, dass ich in meinen Videos nicht so sehr in die Tiefe gehen kann, wie in meinem Coaching-Programm, das über einen längeren Zeitraum läuft. Und wenn du jetzt irgendwo spürst, ja, es wird Zeit, in die Umsetzung zu kommen und ich möchte endlich mein Liebesleben auf das nächste Level bringen und ich habe auch keine Lust mehr, meine Zeit zu verschwenden, dann bewirb dich jetzt für mein Coaching-Programm. In einem absolut kostenfreien Beratungsgespräch mit jemandem aus meinem Team oder vielleicht auch mit mir, schauen wir uns gemeinsam mit dir deine aktuelle Situation an und du erfährst dann, ob du zu meinem Coaching-Programm passt, indem ich dich persönlich betreuen werde. Wenn du Interesse an diesem kostenfreien Beratungsgespräch hast, dann mach jetzt bitte Folgendes. Klicke auf den Link unterhalb dieses Videos oder auf den Banner hier oben und du wirst dann auf einen Fragebogen weitergeleitet. Diesen Fragebogen füllst du bitte sorgfältig aus und schreib auch bitte dazu, warum du glaubst, dass du zu meinem Coaching-Programm passt. Wenn du diesen Fragebogen ausgefüllt hast, werden wir benachrichtigt, dass du den Fragebogen ausgefüllt hast und dann wird sich jemand, wie gesagt, aus meinem Team oder vielleicht auch ich mich bei dir melden, um mit dir einen Termin für das kostenfreie Beratungsgespräch zu vereinbaren. Bitte denke auch daran, dass die Anzahl der Beratungsgespräche, die wir annehmen können, sehr begrenzt ist. Also, handel bitte jetzt. Wie gesagt, auf den Link unterhalb dieses Videos oder auf diesem Banner hier oben. Und nun bedanke ich mich herzlich, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Hinterlasse mir auch gerne einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal und ich freue mich, dich beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen und sage, alles Liebe, dein Roland.